Hallo und herzlich willkommen zurück. Leider ist gerade meine, ähm, meine, äh, hier. Ach, sag schon, meine Aufnahme abgekackt. Sorry, aber wir sind ja jetzt schon weiter. So, ich wollte auch mal sagen, hier, ich bin dafür 8, ne? Ich hab ein GES von 63. Ich hoffe, dass es nicht mein IQ-Wert ist. Äh, aber, ähm, ja, Herausforderung. Hauen wir mal sofort raus hier. Gegner! Geil, der Gegner ist Gegner. Sehr schön. Level 18! Das packen wir doch, oder? Hoffe ich mal. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, das wird ein sehr kurzes Video, weil gerade meine, ähm, weil gerade meine, äh, Dings abgekackt ist, meine... Ach, hier wird schon was abgekackt ist, ja. 70 GES. Nicht schlecht. Und hier 72. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir das geschissen kriegen. Petersen. Das läuft hier flüssiger ab hier, finde ich, ne? Was meint ihr? Könnt ihr mal in den Kommentaren reinschreiben, ob das hier irgendwie flüssiger abläuft? So, Meteorore und... Nein! Ah, schade. Jetzt aber! Das wird ein geiles Tor, hoffentlich. Risti! Petersen! Ah! Das war ja gar nichts, Leute. Das war gar nichts. Geil! Ah, nicht geil. Gar nicht geil. Nicht? Cool. So, jetzt aber! Was ist los mit mir, Alter? Was ist jetzt scheiße? Immer vor der Kamera, ey. Gerade ging das noch so gut, ey. Nein! Ey, macht ja fast ein Eigentor, ey. Was für ein Idiot. So, jetzt aber! Petersen! 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 Nein! Nein, was ist los mit mir, Alter? Ich hab ein geiles Team, ey. Was ist los? Warum verkacke ich jetzt? Risti! Risti! Nein! Scheiße! Feische! Feische! Feische, Feische, Feische! Jetzt komm schon! Nimm den Ball weg. Ja, nice! Ja, sehr gut. Oh, jetzt aber! Jetzt! Geil! 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 Nice, Alter! Geil! Der war schön! Der war Wahnsinn! Guck mal, schön angenommen. Ganz schön reingehämmert. Geil! Nicht schlecht. Weiß nicht, ich hab letztes Mal hab ich... Äh, ich hab davor keine Folge mehr gemacht, weil ich ja hier die Saison gespielt hab. Und danach hab ich noch ein bisschen... ...gegamed. Ähm, da hab ich gegen Typen 14 zu 0 gewonnen, ey. Wirklich, der war... Der war schon nicht so schlecht, ne? Aber der war... Naja, der hatte so ne scheiß Defense. Aber ne geile Offense. Geil! Geil! Ah! Scheiße! Jetzt aber. Peterson! Peterson hat den Ball. Und passt zu... Bryant! Bryant haut ihn rein! Geil, Nomad, ey! Geil! Schöner Kopfball. Schön ausgeführt. Schöne, flüssige... Äh, sollt schon sagen Folge. Schöne, flüssiger Pass. Schöne... ...Planke. Sehr schön gemacht. Bryant! Jetzt schon wieder. Der Mann, der ist doch Wahnsinn. Nein! Nein! Ich dachte, geht noch ein Tor. Scheiße. So, damit geht es. Scheiße! 2 zu 4! Nein! Fuck, Alter. Scheiße! 2 zu 4! Verkackt, ey. Scheiße. Levelaufstieg! Das hört man auch gerne. So, mal. Sind wir aber kriegen? Uh! Ich glaube, den kann man gar nicht brauchen. Das ist ein LV. Ein LF, meine ich. So! Wer wollen wir denn noch abziehen? Oh, Party abgelehnt. Voll der Feigling, Alter. Äh. 5 zu 3. Ey, komm. Den hauen wir noch weg. Das mache ich noch für euch, weil die letzte Folge etwas kurz... weil diese Folge jetzt etwas kurzer ist. Mache ich das noch für euch. Ich bin mal so lieb. Bin mal so sozial. Ausnahmsweise. Boah! Du Scheiße, Alter! Guck dir mal das Team hier an. Der hat GS83. Was soll der Scheiß? Fuck, Alter. So, jetzt aber. Komm, den ziehen wir ab. Eine für alle. Alle für einen. Ja, das war schon mal gar nichts, ey. Scheiße. Komm schon. Ja, nice. Nice, Alter! Geil! Scheiße, Alter! Ey, die sieht so aus wie Cavani, ne? Geil, Alter! Guckt euch das an. Im Flug & Volley. Nice, ey. Oh, oh. Nein! Scheiße, Alter! Ey, dir ist auch nicht schlecht. Komm, 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 komm! Chrisse! Chrisse! Geil, Nomad! Sehr schön! Wir kacken das hier noch vor, ey. Wir hauen den sowas von. Wir schlagen den sowas von. Och, Mann! Nicht zurück. Geil! 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 Nicht geil! Nein! Nicht cool! Nein! Komm schon! Geil! Geil! Bryant! Nein! Bryant! Verkappt, Alter! Nein! Scheiße! Ich geh richtig mit, ey! Ich sitz grad auf dem Sofa und geh grad viel voll mit, ey! Das hört sich voll falsch an. So! Ja! Ein Freistoß! Das sieht man doch gerne! Nein! Nochmal! Nice, Alter! Geil! 5-5! Wie schaffen wir das noch? Wir kacken die noch voll! Mindestens noch ein Torunterschied! Scheiße! Komm schon! Komm! Halten! 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 Ah! Fuck, Alter! Scheiße! Komm schon! Das schaffen wir noch! Ja! Ja! Geil! 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 Los! Ja, Mann! Nice, Alter! Sehr schön! Ja! Geil! Jetzt nochmal! Jetzt nochmal! Trejo! Trejo! Mein bester Mann auf dem Platz! Mein bester Mann! Mein bester Mann! Mein bester Mann! Geil! Geil! Geil, Mann, Alter! Das war doch mal ein Tor! So was müssen wir mal im deutschen Team haben! Wirklich mal, ey! So was müssen wir haben! So! Peterson! 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 Na! Peterson! Peterson, nochmal! 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 Scheiße, Alter! Geil, Alter! Geiler Torwart! Nicht schlecht, ey! Nicht übel! Den will ich auch haben! Boah, das war... Was war das denn für eine Ecke? Nicht schlecht, ey! Muss ich wirklich ein Lob geben an diesem Torwart! Jetzt nochmal! Der war geil! Der war schon schön, der Schuss! Aber leider nicht präzise genug! Jetzt aber! Jetzt! Komm schon! Na! Scheiße! Aber egal! Wir haben gewonnen! 7 zu 6! Dankeschön! Fürs Zuschauen! Oh, warte! Viel zu früh, ja! Wollen wir mal schauen! So, jetzt fang ich aber an! Vielen Dank für's Zuschauen! Wir sehen uns noch heute Abend! Nämlich, ich mach noch ein Horror-Let's Play 4! Schaltet mal ein! Das wird bestimmt scheiße geil! Weil ich mich wieder so richtig einscheißen werde! Deswegen fahr ich kurz zur Rewe und hol kurz mal ein paar Windeln, ne? So 6, 7! Na? Damit ich mich richtig einscheißen kann! Für euch! Dann sehen wir uns heute Abend, ne? Der Gamer ist offline! Bye, bye!